hallo ihr lieben zur heutigen ausgabe von clip smoke für euch wie immer dennis ich habe euch heute mitgebracht den al ajami iced tea lemon wie immer von uns jetzt ein foto eingeblendet mit der verpackung samm kopfbau und dem zipbeutel wo ihr den tabak drin seht zur feuchtigkeit kann man nicht viel sagen es ist gut feucht ein bisschen molasse schwimmt drin rum ist aber dann nicht zu feucht sondern eigentlich relativ gut gehalten kurz zur rauchentwicklung wie immer mit drei kohlen angeraucht ist nichts besonderes von der rauchentwicklung typisch al ajami ist in ordnung könnte aber auch besser sein dafür finde ich ihn vom geschmack umso umso besser erst intensiv ist eine schöne süße zitrone wie der krümeltee der zitronen krümeltee also sehr süß insgesamt das ist überhaupt gar kein menthol oder minze drin also einfach nur der wirklich der reine zitronen eistee ist eine schöne angelegenheit könnt ihr ruhig mal testen bis zum nächsten mal